ja Mensch ja Mensch ja Mensch ja Mensch ja Mensch da Mensch ja Mensch ja wenn es ja Mensch 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 herzlich willkommen zu diesem Video einem kurzen Video zu 200 Abonnenten es ist unglaublich wie schnell das plötzlich ging in A Innerhalb eines Monats sind über 100 Leute zu mir gekommen, was wahrscheinlich vor allem an Shogun 2 Fall of the Samurai liegt. Aber egal, was ich mit diesem Video machen wollte, ist erst einmal ein großes, großes, großes Dankeschön auszusprechen. Ihr seid eigentlich die besten Zuschauer, die man sich wünschen kann. Ihr gebt Feedback, ihr kommentiert fleißig, was mit dem Feedback zusammengehört, ihr gebt Tipps, ihr sagt, was ich machen soll. Man kann sich auf euch verlassen. Das ist genial von euch. Deswegen, wie gesagt, einen Daumen nach oben und ein großes, großes Dankeschön. Aber der eigentliche Grund dieses Videos ist, dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich denn als 200 Ammonenten-Special machen könnte. Ich habe schon bei Skype ein paar Leute gefragt oder bei Steam ein paar Leute gefragt. Aber das war im inoffiziellen Sinne und deswegen kommt es jetzt nochmal im offiziellen Sinne. Bitte schreibt mir in die Kommentare, was ihr denn für ein 200 Abonnenten-Special haben wollt, was ihr denn da von mir sehen wollt und was ich denn da machen soll. Zum Beispiel, wie bei dem 50 Abonnenten-Special, ein Test auf Kalimo-Tests oder keine Ahnung. Das sollt nämlich ihr rauskriegen bzw. nicht rauskriegen vorschlagen sollt ihr das. Also, schreibt ordentlich Kommentare, was ich machen soll und das reicht mir dann auch. Wenn aber genügend Leute sagen, ne, was soll denn der Scheiß? Hä, was willst du mit dem 200 Abonnenten-Special? Hä? Ja, das ist doch scheiße. Dann schreibt ihr bitte in die Kommentare, nein und das reicht mir schon. Einfach nur nein. Dann weiß ich, dass ihr kein Abonnenten-Special wollt und wenn das sehr viele machen, dann wird es auch kein 200 Abonnenten-Special geben. Man muss ja nicht zu jedem hundertsten Abonnenten-Kram ein Abonnenten-Special machen. Naja, das wär's dann. Nochmal kurz Zusammenfassung. Ihr seid die Größten. Schreibt mir, was ich machen soll. Schreibt auch nein, wenn ihr das nicht wollt. Und das war's. Also, was fehlt? Meine Verabschiedung. Also, bis zum nächsten Mal und äh, ciao.